So, herzlich willkommen zurück zu Call of Extermination Day, nenne ich das einfach mal. Ich glaube mal Call of Doom Extermination Day war schon am meisten Sinn. Vielleicht werde ich dann die Folgen zum Bindestrich, Call of Doom Extermination Day, so wie bei Filmtiteln. Nein, bitte laden. Auf Neuspielanfang habe ich jetzt gerade keinen wirklich Bock. Vor allem nicht im Let's Play. So. So. Bin ich bekloppt, ich habe gerade den Lüfter kaputt gemacht und schutzkratzer war mit für die Hölle. Oh mein Gott. Warum nehme ich hier so eine gute Waffe, wenn sie heute auch die Person nehmen könnten? Na komm. Ah, komm. So weiter. So weiter sind wir. Ist das recht gut, Manuel? So, erste Hürde schon mal gemeistert. Was? Was ist die Sünde für eine? Hä? Ach die hier, ne. Die brauchen wir wirklich nicht. Da brauchen wir wirklich nicht. So, apropos, dann nahmen wir mal die Gäste ein. Ich glaube, die haben uns gerade schon gesehen. Obwohl, ne. Jetzt haben sie uns gesehen. Was? Was? Ach, fuck. Ich wollte gerade nach links laufen, aber ich war so schräg, dass das nicht viel gebracht hat. Ach man, Alter, wo kommst du denn jetzt bitte her? Noch mehr hier, die sich irgendwie übersteckt haben? Was bist du denn jetzt für eine Waffe? Ah, die zweite gute Waffe für Slot 4. Sehr schön, jetzt habe ich eigentlich alle Waffen. Nein, das ist die gar nicht, die ich meinte. Ne, das ist eine komplett falsche Waffe. Ähm, dann kannst du eigentlich wieder weg, oder? Also, weg da. Das ist gar nicht die Waffe. Also, weg da. Äh, lalalala. Hallo? Oder ich bleibe bei der Ege. Gut, wir fahren mit den Pinkies da, räume ich erstmal auf. Oder ich bleibe bei der Ege. Was bist du? Ach so. Ja, das ist das. Sopra. Na, das ist das, was ich zu sehen. Na, das ist das, was ich zu sehen. Was ist das? Nein, klappt nicht. Na gut. Deswegen ist dein Fahrstuhl. Kako-Demon ist ja auch noch. Wie konnte er uns gerade sehen? Er hat doch gar nicht in unsere Richtung geguckt. Chill mal dein Leben. Los mit dir. Oh, der andere war bereits tot. Wo geht's hier lang? Achso, da geht's unten in den Raum, wo ich noch nicht rein möchte, weil da sind doch Leute. Finde ich geil. Oh, da kommt ein Spektrum. Witzig, das Blut sieht man. Bist man ja nicht auch das Blut sehen, wenn er noch unsichtbar ist? Dann laufen da einfach so ein paar Blutwehenden durch die Gegend. Wäre ein bisschen witzig. Würde geil aussehen. Dann haben wir ja gar nicht in die Gegend. Das verpasst du den ganzen Look quasi. Was macht die Helle denn da? Tanzt ihr da? Ich habe ihn auch noch nicht in die Gegend. Habe ihn auch noch nicht in die Gegend. WTF? Oh, oh. Oh mein Gott, wo kommst du denn jetzt her? Hast du einen Hurensohn? Oh, oh. Wo komm ich dahin? Da komm ich. Okay, den wirklich kenn ich doch gar nicht. Das stinkt. Das stinkt. Auch nett. Ah ja, man kann doch nicht alles kennen, ne? Da komm. Oh, ich bin einfach jetzt. Okay. Das ist die gute Waffe. Die will ich haben. Ach, die habe ich schon. Achso, ja klar, das ist ja die. Ja, Mann, Mann. Ich sollte wieder das was du spielen. Eben, das ist ja die Nicht-Silencer-Waffe. Die andere ist ja die, die wir brauchen. Damit wir uns doch endlich mal voranschleichen können, ohne direkt aufsehen zu arrigen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So. Ein paar Glaspullen mit einer seltsamen blauen Flüssigkeit. Und überhaupt nicht verdächtig. ich habe keine ahnung aber es war weit weg von daher soll es das primär auch erstmal so können wir jetzt mal runter ich gehe mal lieber außen rum was wer denn hallo so irgendwo war ich gerade ein imp aber ich weiß nicht genau wo was mich gerade schon zutiefst verängstigt so hier sind dann wieder ein paar low souls so hätten wir Digger, treffe ich nicht, oder was? Geht doch. Das ist jetzt eben gerade losgeworden. Oh, was? So. Oh, wasser? Oh, wasser? ok verstehe so brauchen wir auf jeden fall mal hier ein bisschen verbelegung danke schön danke schön so wer wollt jetzt hier was Der Herr. Lernst du jetzt nach den Schaaf? so dass mich jetzt nicht komische dinge auch genau können wir uns dann nachher mal die blaue perle klauen dann ist das was geht hier alles noch deko außer der einraubender welche wir doch irgendwann noch eine rüstung gewesen wäre oder wesen gewesen sein weh also wenn eine entein würde aber die bisher nicht so so dass hiermit wieder abfuck so wie es immer abfuck ist okay erst mal nach einer seite und der hat sich gar nicht auf der seite überholen das klappt nicht ach man bin ich gerade eiskalt hängen geblieben nein was mache ich denn hier gerade wieso klappt das nicht normalerweise werde ich einfach immer so schon durch rennen jetzt auch so holy shit alter wer 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 natürlich ach eu m äh schön Munition mitnehmen wie es geht hier war keine mehr, oder? ne jetzt haben wir noch etwas vergessen die blaue Perle da, ja ansonsten eigentlich so weit nichts mehr dann könnten wir jetzt eigentlich direkt ins Ziel gehen gucken wir noch mal hier die Munition hier war keine mehr, ne? ne so naja naja, komm, ab ins Ziel gehen ah, ich sehe, da war doch noch ein bisschen Munition gut versteckt und was haben wir jetzt eigentlich gerade am meisten oh doch, von der her oh weg habe ich gesagt so, alle Waffen sind geladen hab ich doch ah, sieht gut aus so, na dann ab ins nächste Level ich bin in den Headquarter was? ah, das ist er, ja sehr schön auf der Level mit die gute Waffe Waffen und wir müssen uns mit der guten Munition bis dann veranachronische dicke